Herzlich willkommen und danke, dass du wieder dabei bist für die nächste Folge Odyssey im Auftrag des Königs in Varand. Gucken wir nochmal eben, Pumpec haut jetzt ab, der holt jetzt irgendwie Artefakte oder so. Sollte ich ja auch machen, steht ja hier und zwar in Tatmor. Gemnok ist nicht zurückgekommen, aber mir ist aufgefallen, Fleischkeulen für Trompec. Da haben wir noch eine Quest. Angeblich soll der Ork Wollok Fleischkeulen verkaufen. Dieser befindet sich in einem großen Lager in der Wüste. Na mal sehen, ist das das? Ich vermute ja, dass es das ist. Hier haben wir noch eine Belia Statue. Ne, da gehe ich nicht beten. Hier haben wir noch jede Menge Leute anzusprechen, die ich in der letzten Folge nicht angesprochen habe. Okay, das muss ich wieder ein bisschen einrindern, ist klar. Das heißt also, das müssen andere Orks sein. Da hinten sind welche, aber die habe ich doch auch, glaube ich, schon befragt. Yusuf, guck mal erst mal was mit Yusuf. Hallo, kann ich ein paar Auskünfte haben? Auskünfte? Kommt ganz drauf an. Ich werde dir zunächst nur so viel verraten, wie ich es gegenüber einem Fremden verantworten kann. Erst wenn ich sicher bin, dass du einer von uns bist, kannst du mehr von mir erfahren. Aha. Kannst du mir zumindest verraten, was du hier so machst? Ich denke, das kann ich dir sagen. Ich bin der Anführer der Jäger hier im Lager. Mein Name ist Yusuf. Und? Habt ihr viel Beute gemacht? Naja, eigentlich nicht so viel. In der Wüste ist das nicht ganz leicht. Hey. Hey. Nicht gleich hinsetzen. Kann ich dir bei der Jagd helfen? Warum nicht? Da sage ich nicht nein. Was braucht ihr? Na, sagen wir mal 30 Fleischkollen. Damit dürfen wir erst mal mit hinkommen. Okay. Also Fleischkollen. Äh. Hey. Kommst du nicht mit? Ne, okay. Er kommt nicht mit. Das heißt also eine neue Quest. Yusuf braucht Fleisch. Alles klar. Oh, yeah. Okay. Aber gucken wir mal, ob dieser andere... Oh, hier gibt es Sklaven. Nicht schön. Kurt. Kurt. Hey, Kurt. Verdammt. Was ist los? Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Hallo. Ihr sucht hier nach Artefakten? Ja, für die Orks. Die sind ganz wild danach, kann ich dir sagen. Und? Schon was gefunden? Ja, ein paar Steintafeln. Aber das Wichtigste noch nicht. Und was ist das Wichtigste? Ein göttliches Artefakt. Aber das soll im Tempel von Tatmur sein. Und warum sucht ihr hier? So weit vom Tempel entfernt? Angeblich soll es sich einen geheimen Zugang zum Tempel oder sowas geben. Aber ob wir den finden werden? Tja. Wie werdet ihr von den Orks behandelt? Wie der letzte Dreck. Das macht einen ganz schön fertig. Wir bekommen in der Regel nur Wasser und Brot. Nur ab und zu gibt es mal ein Stück Fleisch. Und das, obwohl wir hier Schwesterarbeit leisten. Aber die Orks interessiert das nicht. Schau wie abgemagert ich bin. Es ist echt zum Heulen. Und dabei war ich früher mal Schmied. Kannst du dir das vorstellen? Nee, nicht wirklich. Und dennoch war es so. Ich war sogar nicht mal schlecht. Okay, das heißt also, ich will da noch mehr wissen von dir, Gua. Nie gleich so wohl wie auf die Haut legen. Es wäre einfach, eine Flasche Wasser zu stellen. Nö, das mache ich nicht. Okay, dann schauen wir noch mal weiter. Wen finden wir noch? Das hier noch ein paar Orkis. Genau. Ach, da ist ja Wollock. Schlafen die oder sitzen die nur? Ach, die sitzen ja im Schlafen. Nein, die schlafen ja im Sitzen. Ah, Wollock. Hallo, sprichst du unsere Sprache? Ja, Mora. Ich spreche eure Sprache. Was willst du? Wer bist du? Ich heiße Wollock. Ich versorge unsere Krieger mit Waffen und anderen nützlichen Gegenständen. So, so. Hast du nur Waffen für euch Orks? Oder kann man von dir auch gewöhnliche für uns Menschen bekommen? Hm. Ich habe auch einige Waffen, die auch von Mora verwendet werden können. Schön. Würdest du mir die auch verkaufen? Du willst handeln mit mir, Mora? Na gut, warum nicht? Dann schau mal, ob du bei mir was Passendes für dich findest. Ja, dann zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Gibt es denn hier... Oh ja. Das ist Schinken und das ist Rohstfleisch. Ausgerechnet 30 Stück. Und kosten 3. Ja, das kann man doch mal... Das kann man doch mal gleich einstecken oder kaufen. Was hat er denn noch so wichtiges? Berserker-Axt. Vorschlaghammer. Vorschlaghammer. Kenne ich gar nicht so. Kostet... Ui. 2500. Alter. Dann ein edles Bastardschwert und... Ja, gut. Drappenjäger am Brust. Oh, was haben wir denn hier? Kriegsbogen. Benötigste... Ah, haben wir leider nicht. Und was haben wir hier? Eichenbogen. Auch 140 haben wir noch nicht. Knochenbogen habe ich selber. Ja, ich glaube, das war... Warte, das haben wir hier mal eine Senf und ein paar Kräutertjes und eine Fackel und Trink der Geschwindigkeit. Ja, dann haben wir ja sozusagen jetzt Keulen gekauft. Dann will ich mal probieren, ob man... Hallo. Ach so. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Du hast noch zu tun. Da bin ich mir sicher. Ja, ja, ist mir klar. Hä? Diese Stimme. Ich muss noch mal hören. Hallo. Du musst weiter, Mauer. Ach so, okay. Ich dachte, das wäre jetzt gerade eben von der Intonation her eine bekannte Stimme. Ähm. Egal. Jetzt will ich mal gucken, wie viele Fleischkrams ich eigentlich insgesamt habe. Ich habe 51 Fleische. Okay. Ähm, ich könnte jetzt rüber das Fleisch abgeben. Also über nach Patada. Aber ich will nämlich noch ein bisschen umgucken. Wenn es hier alle noch so gibt. Dich gibt es. Dann sitzt du hier rum. Ein Elite-Assassine. What? Wer bist du denn? Du bist nur ein Ork-Krieger. Okay, die lassen sich die Wolfsfälle einfach... Okay, von mir aus. Egal. Nehmen wir gerne. Oh, Elite-Assassine. Elite-Assassine. Alles Elite-Assassine, die an ihrem Bettchen stehen. Ach, hier kann man auch Holz sägen. Ui, da hinten ist ein Tempel. So, mit Hannah-Ock-Krieger. Wagfell, Wagfell. Ja, geht doch. Waga, was machst du da? Ich glaube, eure Wagfelle. Aber nicht das Wasser. Das solltet ihr alles noch behalten. Genug Wasser. Wasser, Wasser. Wichtig in der Wüste. So. Oh, Elite-Assassine. Könnte mich natürlich auch hier umgucken. Aber... One after the other. Eins nach dem anderen. Ach, hier gibt es wieder diese Trommeln. Ja, schade. Nur bestimmte Orks können die spielen. Tja, ich glaube, das könnte man ja sozusagen rüberbeamen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo diese Ork-Runen eigentlich alle sind, bei mir platziert sind. Hier haben wir, ich meine nämlich genau richtig, das ist Nemros Ork-Lager. Das ist gut, dass wir das haben. Dann werde ich dich mal auf die 6 platzieren. Und wir werden mal gucken, war ein Teleport zur Küstenhöhle von Patara? Oder Teleport zur Küste? Dann gehen wir mal hier. Das ist also die 5. Ich speichere mal vorher ab. So, und... Reicht das? Das reicht. Gut, okay, machen wir nochmal sicherheitshalber einen Kreis. Hey, die Wache. Pennt mal hier so eine Runde auch gut. Ja, wer braucht der denn nochmal? Ach ja, der braucht doch noch der Drom-Pack. Na, hier ist doch Drom-Pack. Der ist... Der müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ja, sorry, das ruckelt ein bisschen wegen... Render, 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 rein. Was du hier... Da ist er. Da ist Drom-Pack. Ich bringe dir Fleisch. Ich bringe dir hier dein Fleisch, Drom-Pack. Ah, sehr gut, Mora. Drom-Pack seien schon fast verhungert. Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Was für eine Belohnung, Mora? Na, meine 100 Goldstücke. Schon vergessen, oder was? Hier hast du deine Belohnung. Was hat er mir denn gegeben? Das habe ich ja links eben gesehen. Goldstücke und was noch? Ach, ich musste ihm nur... Okay, 10 Fleischstücke bringen. Dann kann ich ja wieder rüber. Dann kann ich ja wieder rüber. Wo war das? Sieben, nein. Vier, auch nicht. Wo ist denn jetzt? Barant-Org-Lager? Wüste. Ach, so war das. Nach der Nemrosch. Ich habe nach dem Namen Nemrosch geguckt. Gut, okay, das heißt immer unterschiedlich. Oder meistens unterschiedlich. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Oh, 4.36. Wer wollte denn noch mal Fleisch haben? Den schläft ja auch mal einfach so mittendrin. Wer ist denn das? Gor-Nazah. Den habe ich noch gar nicht getroffen. Gor-Nazah. Komm. Hallo, mein Name ist Roland. Na und? Habe ich dich nach deinem Namen gefragt? Ähm, nein, aber... Gib dir keine Mühe. Ich habe keine Lust, mit dir zu sprechen. Also lass mich einfach in Ruhe. Klar. Echt? Ist... Gor-Nazah. So. Ähm, mal gucken. Aktuelle, erfüllte... Fleischkollein für Trumpf weg. Und Yusuf braucht Fleisch. Also, hin zu Yusuf. Yusuf braucht Fleisch. Der war aber nicht... Doch, doch, da ist er. Hey, du. Hier ist dein Fleisch. Hier habe ich 30 Fleischkollen. Sehr gut. Dich kann man gebrauchen. Hier hast du 200 Goldstücke für deine Mühe. Na, das ist doch schön. Das war's? Okay. Oh, der Horizont wird sichtbar. Ha. Heißt. Hier am Zelt kann man schön sehen, wie die Sonne steigt. Ähm, ich sollte die doch rüber gehen zu... Was ist denn das hier eigentlich? Stopp mal, was ist denn das für ein Riesenloch hier drin? Das ist eine Mine? Oh, Alter. Oder ist das dieser geheime Zugang, von dem der eine da sprach? Glaube ich eher auch. Also, dann gehen wir doch erstmal hier rum und gucken, was es hier noch Lustiges gibt. Oh, kleine Kästchen. Kleine Kästchen. Das sind die beiden Drahtstanten. So ein Org-Krieger. Ich würde mal sagen, dann gucken wir uns erstmal hier so ein bisschen... Wieso ändert mich das alles hier an Gothic 3? Nicht nur, weil es Rand heißt, sondern... Okay, Stromleitung gibt es hier auch schon. Interessant. Nee, das sind Mesh-Fehler. Die leider... Ein bisschen aufwendig sind, diese zu... Habe ich im Forum gelesen, diese zu beheben. Ich habe ja schon mal auf einer Insel Mesh-Fehler. Da konnte ich... Was aus... Konnte ich dazu beitragen, dass man die... Aus... Merzen konnte. Ja, und jetzt kann ich doch einfach mal hier kurz gucken, was es hier alles so gibt es hier. Vielleicht gibt es ja irgendwelche lustigen Schätze. Hier rein. Außer ein paar Tiere, wie ich da gesehen habe. Was liegt denn hier? Eine Schüssel. Einfach so. Ja, was haben wir denn da für lustige Kumpels? Wüstenwölfe? Ich wusste es. Ich habe mehr auf Kojoten getippt zuerst. Aber es sind Wüste-Wölfe. Also mal gucken. Was sind die? Haben die... Kuddelverhalten oder was? Ein Ach. Ah, da hinten sind ja noch mehr. Da hinten ist auch mal ein Ach. Dann nehmen wir hier den streunenden... Wüstenwolf. Lässt sich gut erledigen. Ja, du auch. Hat mich doch noch anfallen können. Man, 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 man. Zip, zip, zip. Guck mal der Wüste mal ein bisschen Farbe geben. Und was bist du? Auch ein Wüstenwolf. Okay, das ging doch mal gerade gut. Noch ein bisschen was getrunken. Ach, da hinten haben wir noch einen Wüstenwolf. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja mit der Katana besser einen... Ah, shit. Naja, ich dachte, ich wäre mit der Katana mit ein oder zwei Schlägen auch erledigt. Aber, nee, ich bleibe bei meinem... ...bei meinem Bogen, den ich jetzt doch mal ein bisschen mehr aufrüste. Und zwar mit einem geschärften Speil. Äh, wo ist er denn? Da ist er. Oder hier? Verbergen sie hier noch welche? Nein. Psten. Na. Muss aufpassen. Dass mir zu heiß wird. Na. Wohin ging das doch so toll. Ja. Was soll das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Gucken wir mal, wie spät wir es haben. 5 Uhr 52. Obwohl es schon so hell aussieht. Dann gehe ich mal wieder rüber und versuche ein freies Bettchen zu ergattern. So. Wie schon gesagt. Ich habe die Wüste ein bisschen blutiges Make-up. Ähm. Weil in so einem Bettchen habe ich ja die Möglichkeit, mal mir die Uhrzeit auszuwählen. Wann und wie und überhaupt. Ach ja, das sind die drei. Ach, einer ist weg. Ach nee, der ist unsichtbar. Trotzdem werde ich mal ins Bettchen gehen. Wieso geht das nicht? Ach, das heißt also, die stehen nur davor. Alles klar. Dann bewachen die die Betten oder was? Man kann sie nicht nehmen. Toll. Auf der Suche nach einem Bett. Ah, da hinten. Da hinten gibt es noch die Möglichkeit. Hat ein Riesenloch hier. Gucken, ein Bett. Ach, die sind ja alle besetzt. Sklave. Ja, ja, ist klar. Das sind die Sklavenpeoples hier. Soll das jetzt nicht gehen? Ich habe doch hier Möglichkeiten. Wieso ist das? Die pennen alle noch. Das heißt, ich muss warten, bis es mir heiß wird. Dann stehen die alle auf. Das ist aber schlecht, ist das? Muss ich doch wieder irgendwie meinen? Das ist ja nicht dull. So, oh ja, hier. Penne ich doch gleich bei Nemrosh. Nicht in guter Hand. So, bis zum Abend schlafen. Okay. Was? Was? Äh, gucke ich jetzt falsch, oder? Was ist denn hier los? Party, oder was? Und ich dachte, es würde wieder eine Alarm-Sirene schellen. Hier, hier, da sind sie. Die Bingo-Bongo-Orks. Klasse, herrlich, gut gemacht. Spitze. Muss ich mal abspeichern. Ja, okay. Das habe ich mal abgespeichert. Und jetzt schauen wir mal, wie wir weiterkommen können. Und zwar Artefakte. Ja, Schatz-Sore-Sore und Kane. Wo war denn Kane nochmal? Gor-Azur getroffen. Nichts nur Ashtod. Ashtod, okay. In Ashtod also. Kane findet man in Ashtod. Und da muss ich ja irgendwann mal hingucken. Aber ich wollte ja nochmal hier weiterjagen. Und hier mal gucken, was es hier in den Ruinen noch so gibt. Irgendwelches Getier, das sich hier versteckt. Ich dachte, dann könnte ich hier was finden. Okay. Läuft. Wollte nur eben gucken, ob es synchron läuft. Das sieht aus wie, okay, da ist der Putz abgefallen. Auch clever. Doppelt vermauert. Hm. Also gibt es keine Wölfe mehr? Hm. Gibt es wohl nicht mehr so viele hier. Dann habe ich aus der Ferne noch was gesehen. Und da komme ich gar nicht durch. Hä? 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 Und zwar, was habe ich denn aus der Ferne gesehen? Und zwar eine Pyramide. Das ist ja dann... Ach, da ist ja noch einer. Das ist ja dann wohl ein Tempel, ne? Ist ein Wolf. Na? So treffe ich den wieder nicht. Wolfsfleisch. Und das ist die Seite. Komme ich von der Seite durch? Da komme ich durch. Aber hier komme ich nicht durch. Okay, dann machen wir eine andere ab. Oh, da komme ich auch nicht rüber. Aber hier gibt es eine Treppe. Mal gucken, falls es hier was gibt. Nein, gibt es nicht. Kommt, wir springen mal hier runter. So. Und gucken mal, wo hier die weiteren Wüstenwölfis sind. Da ist er. Wo war denn jetzt die Pyramide? Ja, ja. Oh, den treffe ich wieder nicht. Oh, der trifft mich. Auch nicht. Glück gehabt. War so knapp davor. Ja, okay, gibt es noch mehr so Sachen? Da sind noch welche. Ich speichere mal zwischen. Wollte sich nicht bewegen. Ui. Sorry. Ich sollte mich nicht nach anderen Personen hier aus dem Fenster, weil es sind hier wieder welche zugezogen. Manchmal gibt es hier Gesichter, die ich hier noch nie gesehen habe in meiner Nachbarschaft. Oh, der ist ja clever. Ja, muss rasten. Ausweichen meine ich. Oh, da gibt es, da gibt es einen Handweiser. Was steht denn auf dem Handweiser? Nach Asch? Ja, sorry. Vielleicht zwei Stück und dann bin ich hin. Naja, dann haben sich die halt eben noch hier an dem Handweiser erledigen. Na, okay. Ach, da ist ja noch einer. Au, ab. Hätte mir den Popo gebissen. Kommt der da aus dieser, aus diesem Ruinen-Teil da raus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Dich hatte ich noch nicht. Also was, hier geht es nach Aschdod. Da könnte ich jetzt nach Aschdod hin. Aber da hinten ist auch noch ein Tempel, aber jetzt sehe ich die Pyramide nicht mehr. Ich mache die erstmal nochmal kalt. Wüstenwölfe. Ja. Der macht immer diesen Seitensprung, der Wolf, der Wüstenwolf. Cleveres, cleveres Tierchen. Ah, da ist sie wieder, die Mucke. Oh, da sind gleich mehrere. Nee, 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 nee. Drei Stück, die auf mich aufmerksam geworden sind. Hier zum Beispiel. Auch hier in diesem ruinösen Gebäude. Wenn ich hier keinen treffe, dann treffe ich hier keinen Leute. Was ist denn das bloß wieder für eine blöde Crit? Crit, Crit, Crit. Okay, gehen wir mal hier hoch. Okay. Wo schießt du denn hin? Hier ist immer was los, Leute. Kommt, der hat auch noch hochgesprungen. Und hat mich mal wieder ganz teuflischst verwundet. Mann. War es nicht zu holen. Mannometer. Nicht zu holen. Ach, ja. Nach Aschdott. Soll ich nach Aschdott? Da gibt es doch was, ne? War das jetzt hier? Oh, nee. Was ist denn das wieder für ein Mensch? Nee, kein Mensch. Ein Wüsten-Schattenläufer. Wie kann es einer sein? Ein Wüster-Schattenläufer. Und dann haben wir hier noch einen Wüstenwolf. Komm. Oder? Steckt hier noch einer drin? Das ist doch Mist. Das ist doch echt Mist, ist das. Wie kriege ich den da oben weg? Dann gucken wir mal, ob er den schwierigen Schattenläufer, ja gut, okay, nicht. Trotzdem auf konventionellem Wege kriegen, indem wir ihn verlangsamen. Oh Gott, da werden die anderen auch noch wach. Komm. Geh hin. Oh, da sind noch jede Menge Wüstenwölfe. Shit, 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 shit. Jetzt ist der Spruch auch wieder. Nee, da komme ich gar nicht hin. Da komme ich gar nicht hoch. Ich versuche es mal mit Unwetter. Wo haben wir es denn? Ach, hier haben wir es. Ach, da sind doch jede Menge Wölfe auch noch da im Hintergrund. So, los. Ich kann mal gleich hier mal. Okay. Ah, sind gar nicht mal so unwenig. Sorry, dass das halt so ein bisschen... Boah, ist der auf mir. Erfahrung 300. Na, ich dachte, er wäre das gewesen. Hm, hm, hm. Ja, wir rennen in Kreise. Was, wird was, wird das, was, wird das, was, wird das, was. Nein, doch, wird das. 250. Ja, dann gehe ich mal looten, ne? Ja. Ich habe mal gerade eben mich mit mittlerer Wundheilung mal regeneriert. Okay, die Wüstenwölfe habe ich jetzt hier gelootet. Man sieht das ja unschwer. Und da hinten sind noch mehr. Aber wo war denn jetzt hier? Nochmal in die Richtung nach Aschdod. Bin ich hier richtig oder völlig falsch? Okay. Von hier unten bin ich ja gekommen. Aber wo war jetzt nochmal der Handweiser? Ich will jetzt mal richtig nach Aschdod und hier nicht auf Abwägen. Immer kann ich mein Konzept nicht halten. Da ist er, der Handweiser. Richtig. So, siehste. Also doch in die Richtung. Okay. Aber ich wollte mich nur vergewissern. Ich wollte mich ja nur vergewissern. Auf dem Weg nach Aschdod. Und natürlich solche komischen Teile. Das war ja wieder Logo-Electrico. Oh, oh, da ist ja noch ein Feuer-Gulemi. Okay, Eis-Lanzer werde ich wohl haben. So, wo sind sie denn nach? Da sind gleich zwei Stück von der Sorte hier. Eins, zwei, tausend. Eins, zwei, tausend. Okay, ja. Schön. Ich glaube, die so schwierig sind die auch wieder nicht hier. Ruinen-Crawler. Also die Namensgebung ist ja echt immer sehr individuell. Ruinen-Crawler. Okay. Ruinen-Crawling. Noch mehr in der Ecke? Nein. Moment, da ist noch ein Handweiser. Jetzt sehen wir hier noch was. Oh, wieder so ein... Oh, dupliziert. Oh, oh, oh. Duplizierte Ruinen-Teile. So, hier war noch ein Handweiser. Irgendwo. Irgendwo habe ich noch einen gesehen aus der Ferne. Wo war er denn? Ah. Da, da ist er. Da ist er, der Asch. Asch. Nee, Ruinen von Tadmor. Ach, du liebes bisschen. Ich will aber nach Maschdott. Tadmor, da gibt es ja das mit dem Artefakt. Also muss ich wahrscheinlich gucken, dass ich hier den Eis-Golem... Nein, den Feuer-Golem mit Eis zerstöre. Aber nur noch eine Eis-Lanze. Aber mehrere Eiswellen. Da muss man mal gucken, ob er den... Okay. Oh, Feuer. Ne, Mist. Das wird nichts. Ich hätte ihn mit einem stümpferen Gegenstand... Das wird so nichts. Das wird so nichts. Nein, 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 nein. Jetzt kommt er auch noch hinter mir her. Ach ja, diese Problematik. Diese Problematik des Feuer-Golems. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Eispfeil. Ich meine, wenn ich den schon angeritzt habe, dann will ich auch, dass das klappt. Ja. Na, wo bist du? Oh, das hat aber eine lange gedauert. Oh, nein, 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 nein. Okay. Feuer-Golem. Es ist schon wieder leider so weit, dass wir hier für die Folge abbrechen müssen. Was heißt abbrechen? Aber Schluss machen. Auf dem Weg nach Aschdott, welches ja wohl dann hier in diese Richtung ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl und Tschüss, Grüße und Daumen und Kommentare. Ciao. Tschüss. Dieses Bett ist nocht' Marina. Untertitelung des ZDF, 2020